Nein, oh, das wollte ich nicht. Das ist ja ekelig, hör auf damit. Sorry, ich liebe Tiere, Heska. Wenn du dich um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Oh, das war blöd. Hm. Hat es gestern geregnet? Gestern hat es auch geregnet, naja. Da wird doch hier bestimmt was zu finden sein. Ich bin selbst relativ neu in der Stadt, aber ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich bin der Schönste. Hm, Venusmuschel. Hm, Koralle. Korallalle. Mehr gibt es hier nicht. Schade. Wir können oben nochmal lang gehen, dann finden wir nochmal ein paar Lachsbieren. Lachsbieren. Wieso Lachsbieren? Was haben die mit einem Fisch zu tun? Also wie der Lachs, denke ich mal, oder? Oder woher soll das Lachs kommen? Ich brauche Kohle, ich brauche Kohle, ich brauche ganz viel Kohle. Haben wir den? Nein, habe ich natürlich nicht mitgenommen. Da ist eine Dindaline. Ach, eine Narzisse, so heißt sie ja. Das ist ja die deutsche Version. Das ist ja die deutsche Version. Na Narzisse. So, so. Achso, haben wir eigentlich hier schon mal reingeguckt? Ich weiß gar nicht. Wir können uns das ja einmal anschauen, ne? Wow, hier fühlt man sich ja wie zu Hause. Willkommen im Jojo-Markt. Wie geht es dir heute? Hehehehe, Morris. Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Hehehehe. Ich bin Morris-Repräsentant für Jojo-Kunden-Zufrieden. Hehehehe. Wenn du dich dazu entschließt, ein Jojo-Mitglück zu wehren, Geld. Hehehehe. Werde ich deinen Beitritt mit Freunden unterstützen. Hehehehe. Spass. Wer ist das hier? Hallo? Kein Name? Uuuh, mein Kopf. Sie holt sich erstmal, ob wir finden Whisky oder was. Aber ist Alex arbeitet hier? Sam ist bei der Arbeit. Leck ihn besser nicht ab. Äh, Sam nicht. Alex, ja. Stimmt. Sam Goku. Ist das hier? Shane ist tief in der Arbeitsversorgung gescheitert, sich im Gespräch zu interessieren. Iiii, so arbeiten die denn hier überhaupt. Und tschüss. Schön, haben wir das auch mal gesehen. Ach, kann ich mein Leben nicht aufgeben und einfach hier in Stardew Valley einziehen? Ins Pelikan-Dorf. Guck mal auf die Farben, da würde ich schon ganz gut hinpassen. Dün, 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 dün. Das sind wir mit. Lachsbären. Noch mehr Lachsbären. Noch mehr Lachsbären. Und Tendurin. Und keine Lachsbären. Doch, noch mehr Tendurin. Tend-dün, dün, dün. Lachsbären. hier oben gibt es nichts mehr oben lang was geht ab maru hilft mir manchmal im labor sie ist ein gutes kind habe ich dir erzählt dass ich nach aus komplett selbst gebaut habe das ist bisher definitiv das highlight meiner karriere ich nicht schlecht man kann das schon behaupten die los was geht die frische luft der welt ist alles was mich interessiert natürlich mal bieren das ist ein großartiges geschenk danke dir ich liebe freiwillig hier draußen wieso haben wir glück und trotzdem nur so wenig laxbären das verstehe ich nicht hier ist auch noch etwas im boden bücher noch er ist schon zu spät du hast ein verlorenes buch gefunden da ist noch das löwenzahn noch mehr lachsbeeren und da habe ich den dendolin noch gesehen so war das brüchene brülle abkippen 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 alles abkippen nee warte mal ich gebe erstmal alles hier ab und dann schauen wir mal was wir davon gebrauchen können und was wir mitnehmen und so weiter das können wir gleich abkippen das können wir noch sortieren geht das irgendwie organisieren hier so davon haben wir ja eins sechs von den harz hier das ist das gewesen ja eigentlich haben wir nichts und master ich würde die glaube ich einfach einfach erstmal so da lassen die ganzen sachen weg 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 und ich denke das war's so könnten vielleicht noch einen schmelzofen bauen wir dürften jetzt genug kupfer haben körper und was war das noch mal schauen steinchen stein haben wir auch noch zum glück genug jetzt können wir uns ein erst das steinschild zwei öfen gebaut kommen hier oben hin am besten so wir brauchen um öfen zu befeuern brauchen wir kupfer dass wir jetzt nicht mehr haben weil ich alles verschillt sinnlos verschwendet habe für den zweiten ofen aber 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 das leuchtet das leuchtet ein was geht das dann nicht um da können wir sind platziert okay kleines häusler jetzt haben wir hier auch ich kann man anscheinend irgendwas greifen okay das ist ein bug oder sollte irgendwas sein war das für geräusch mysteriös nein das wollte ich nicht so oder mal hacke hacke hackekuchen hackebacke kuchen so aber ich brauche minecraft immer die fackeln eigentlich keine gießkanne ja das ist gut okay hier machen wir etwas energie können wir nochmal die bäumchen hier vielleicht nochmal wegballern hier unten sind noch ein paar fangen wir einfach mal hier an halt so an der glückstag hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht oder da täusche ich mich da so das können wir nicht weg machen der wird auch weggehauen den habe ich auch noch weg wir haben so viel energie auf einmal kann das sein die achseffizienz hochgegangen sammeln war das hierüber wahrscheinlich achseffektivität plus 3 aha daran wird es wahrscheinlich liegen hau ruck mhm kiefern zappen alles plätten machen ja einmal planieren und dann machen wir einen parkplatz raus so gut das sollte erstmal reichen oh ich muss aufpassen die dinger wegkauern es wird spät ja wir legen uns da schon hin halt abkippen die geothemal geode nehmen weil das verkaufen war quarts können wir erstmal hier lassen geode nehmen wir mit wir laufen gleich zu gunther ja abkippen noch das ist nicht vergessen das kommt aber hier rein und jetzt können wir einmal pendeln gehen ja zu bett gehen jawohl zu bett gehen wo vor allem zu viel korallen hart korallen und venusmuscheln gut hart gibt 2g pro hart zu bett zu bett zu bett zu bett zu bett die zu bett zu bett zu bett schön 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 dass ihr dabei wart tschau war wieder wach moin leute sky hier willkommen ins café berg und morgen wird es den ganzen tag regnen oh schon wieder regen immer nur regen hier willkommen gasse sehr sehr glücklich werden im west des gebietern glücklich zu bescheren ok wir haben heute ein glückstag wie es scheint gut guck mal ob es fertig ist guck mal ob es fertig ist zack guck mal ob die Böhnchen 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 juhu na Wolfi na Wolfi so einmal gießen alles einmal gießen so gab es schon Crows hier ich bin auf keine Crows 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 oh hier wächst es auch schon langsam warum müssen wir alles gießen mal gucken wir könnten doch schon warte mal dann gucken wir nach wir können doch schon bauen hier wo war der da das Sprinklerherstellung ein Kupferbad mit ein Eisenbarren bewässert jeden Morgen vier Felder um sich herum ok ok vier Felder wie viel Felder wieso vier nur die anliegenden Felder mhm mhm ok das lohnt sich ja gar nicht oder wobei vier Pflanzen dann pro Ding ist eigentlich auch nicht verkehrt dafür dass es vollautomatisiert ist acht Felder wäre natürlich besser dann könnten wir immer so so achter Blocks machen oder so neuner Blocks eher gesagt so und so also hier so zack 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 komm so wird das ganze hier immer angenommen das ist der Sprinkler einmal nur den 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 und den hier bewässern grüne Böhmchen den Tag haben wir noch 16 ok da kommen noch paar paar Ernten raus wir haben jetzt hier 17 ja 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 jetzt haben wir 10 den Rest schmeißen wir weg beziehungsweise nicht wegschmeißen aber ja ja wirst schon hast du schon eine Crow gesehen? nein ich bin auf keine Crow gecrowt lieber Nachbar ich hoffe du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl ich schreibe dir diesen Brief um nicht wissen zu lassen dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft warum schaust du nicht mal vorbei vielleicht kannst du ja ein paar Dutzend Boxen leisten Pierre ja Pierre 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 ok und der Stein her ok was machen wir denn heute schmelzen schmelzen um Kopfbarren einzuschmelzen ja ich weiß gar nicht haben wir denn überhaupt schon na coole haben wir sie mal an guck aber wir äh toll ganz super wir haben natürlich kein Kupfer mehr weil es beraten ist aber morgen habe ich gehört geht es in die Mine weil es morgen regnet ähm nutzt sich hier noch irgendwas zu machen 1500 golden haben wir äh was hat denn diese die die Hühnchenfarben gekostet warte mal mir fällt gerade nochmal was ein dann haben wir hier schon alles regionalen Böhnchen blumenkohl und kartoffel ist ja laut ne quatsch passt die Nacke kartoffeln und grüne Bohnen die holen wir nochmal eben gibt es noch irgendwo was nö nö ah guck mal Lachsfilet Fisch an den Bäumen so ähm was 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 sollte ich hier ich habe echt vergessen was ich wollte ach ja hier genau ähm nehmen wir ein wo sind sie da hier nochmal ein davon eine Pastinacke war das und haben wir nur noch einen goldenen Blumenkohl ne warte mal Blumenkohl hatte ich doch schon abgegeben oder ich guck nochmal nach genau Blumenkohl hatten wir schon Kartoffel Kartoffel noch Kartoffel da ist sie da zack zack sollte passen auf auf halt fällt auch eine ganz wichtige Sache ein vielleicht können wir damit auch schon anfangen einen kleinen Schlenker haben wir hier ja Whilst ich will mein das war schon mal Eduardo ja tage IDE überall gleich mal so eine tour wieder wahnsinn so viel lachs für die was lea ist nicht hallo leo 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 lachs ja du bist du und ist noch mehr lachs für den ich könnte hier unten auch noch mal schauen ich glaube doch zu meinen das ist doch normalerweise hier oder ist das erste sommer ich weiß nicht in schweißes licht so viel lachs 15 schon gesammelt ist gut das können wir immer brauchen gerade für die media für morgen vielleicht mal 25 energie gibt das ist kostenlos ich muss mal gucken was überhaupt 1 kostet aber ich würde das glaube ich ganz gerne gar nicht verkaufen was einfach mal gut benutzen könnte ich meine es ist kostenloses essen und ne ist mir schade wahrscheinlich gar nicht so viel wert sein blub 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 auch noch was da ist auch noch was alles mitgenommen 22 stück schon nieze das ist sehr liebse könnte eine geode vielleicht beim zauberer vorbei abliefern wenn wenn wir schon mal halt das salat gibt gemischten salat wieder mir rettig lachsfilet was für euch irgendwas gehört und wer springt hier rum wo ist die musik hören ich höre nix hallo eine bohne nicht aber der wird doch hier bestimmt die geode leben hältst du na das hier vielleicht werf ich es in die flamme und schau was passiert was das ist eine geode digga na gut eine geode in ihm verschwindet ich glaube eher so alchemie zeug ne nicht nicht geologie sondern äh äh kupfer eisen und solche sachen sowas mag der glaube ich das ist ganz wichtig noch mehr noch mehr hier auch noch da haben wir erstmal einen dicken vorrat das ist gut damit kommen wir durch den winter auch nicht speck anfressen hier warte mal brauchen wir noch etwas für die ähm hallo wollte ich geschlossen mani ok dienstag hat sie zu oder schon 16 uhr warte mal was brauche ich noch irgendwas schon abgeben eigentlich nicht war die muss weißt nicht wenn ich gebe euch die siedschen was nach hier wenn sie können anstrengend sein ab es auch schön im leben von anderen etwas zu bewirken nein nein der lachs ist baden gegangen großartige idee kann ich kommen wenn du am wenigsten erwartest aber dein verstand beschäftigt ist verpasst du sie vielleicht ich bin so schön ich finde aber auch nichts nix zu finden hier wie war das früher mal mehr eine korelle das hat sich ja richtig gelohnt hier hinzulaufen können wir nicht wiederzusehen Können wir hier noch rein? Ah, ist schon zu, ne? Bis 18 Uhr immer, okay. Ist hier noch irgendwo was? Schmied hat wahrscheinlich auch schon zu. Bis 16 Uhr sogar nur. Ah, ich hätte noch was kaufen sollen. So ein Mist. Wir brauchen Eisen. Für die automatisierten Dinger. Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Ähm. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Jojo-Markt. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Will ich aber gleich rausschmeißen. Ist das für ein Asi? Ah, keine Sorge, der Jojo-Markt wird sich bei uns keine Chance haben. Aber ich komme mir gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verluste machen. Es muss schwer für dich sein, deinen legalen Kunden einfach, deinen loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du ihn verübeln. Der Jojo-Konzert ist eindeutig die bessere Wahl. Bald will ich den ganzen Ort verstehen. Hehehehe. Assi. Nee, wir nicht. Oh, der Arme. So ein scheiß Kerl. Kommt zurück, wenn Pernl im Laden ist. Oh, wir haben Heldys Geburtstag für Wessen. Das ist ja schade. Nicht. Pam's Geburtstag? Die mag ich auch überhaupt nicht, ne? Shane hat Geburtstag. Blumentanz. Blumentanz. Piers Geburtstag. Emilys Geburtstag. Okay. Halt. Nee, komm nicht dahin. So. Aushilfe gesucht. Suche Karpfen für eine kleine Mahlzeige mit etwas frischem Brot. Evelyn. Hehehe. Hm, Karpfen? Nee. Kein Fischer. Hallo Penny. Oh, kann nicht mehr mit dir sprechen. Hm. Hey Marni, was geht ab? Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Ist hier Neffe? Das ist verschlossen. Oh. Hallo Lea. Lea. Hallo. Hallo. Okay, Lea will nicht mit uns sprechen. Wo ist denn die Lea anzufinden? Ach, ich hab was ganz wichtiges vergessen. Sowas blödes. Nee, warte, halt. Ich geh hier unten lang. Da komm ich.